Organspende ist in aller Munde. Die Politik spricht es momentan gerade wieder und wir am LMU-Klinikum ja schon seit vielen, vielen Jahren täglich. Denn unsere Teams sind Tag und Nacht für die Organspende im Einsatz. Wir haben Organspendebeauftragte, Pflegende, Ärzte, die sozusagen jede Spende in Bayern versuchen zu realisieren, damit diejenigen, die auf ein Organ warten, auch wirklich eine gute Lebensqualität nach der Transplantation haben und auch die Chance auf ein Überleben haben. Organspende ist somit für das LMU-Klinikum als größtes Transplantationszentrum essentiell und ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die hier im Einsatz sind und möchte hoffen, dass wir in Zukunft die Organspendezahlen anheben können. Untertitelung des ZDF, 2020